Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Notruf, die Feuerwehr Simulation 2. Ich musste wieder ein neues Game anfangen. Lul, hier ist Ansgar, also Nordheim TV Play. The fuck, okay. Ich musste wieder ein neues Game anfangen. Einfach aus dem Grund, weil ich wieder einen roten Errorcode hatte. Wisst ihr, wie mich das nervt? Aber wir schauen jetzt mal, was uns heute erwartet. Vielleicht kommt der Einsatz, wozu ich eine Story erzählen kann. Achtung, Brandschutz, Einsatz für ELW1, LF24, TLF1, DLK1, RTW1, Ulmenallee. Ulmenallee. Eieieiei. Die Ulmenallee. So, Leute. Ich denke, wir haben einen Gebäudebrand. Das ist alles andere als gut, aber wir können es jetzt nicht ändern. Bitte bleiben Sie in Ihren Häusern. Dies, das Ananas. Gibt es hier eine Matrix? Ja, keine Ahnung. Wir gehen vom Motor an. Und dann RTW3 gerne mal losfahren. In die Ulmenallee. Tür zu. So. Leute. Atake. Ulmenallee. So, Leute. Wir sind gleich da. Da steht ein Pool. Ui. Ähm. Ich sehe hier aktuell kein Feuer. Noch nicht. Ah, doch. Jetzt sehe ich es. Okidoki. Jetzt weiß ich, was hier abgeht. Umgebungsbeleuchtung. Uff. Hier, Leitstelle Mühlheim. Kommen. So mag ich das gehen. Also. Dann kommts. Das ist LF. Öffne Fahrertür. Ich öffne jetzt hier gerade gar keine Tür. Das ist verstanden. Ende. Äh. Anders Leitung. Jo, passt. Soll ich denn jetzt hier die Tür öffnen? Was da wo passiert ist? Was da wo passiert ist? Ja. Es brennt. Na, was sieht es denn aus? Alter, ist der dumm. Rauchvorhang. Ja. Jungs, legt erstmal den Rauchvorhang. Und jetzt? Tür öffnen lassen. Ok, lass ich halt die Tür öffnen. Oh. Entschuldigung. Äh. Genau. DLK. Können direkt einmal umparken. Und RTW wird hoffentlich nicht benötigt. Das finden wir aber gleich raus. Jo. Denn, Leute. Warte. Jo, die legen hier. Äh. Brandbekämpfung. Ja, okay. Einmal absetzen, bitte. Alle. Und ihr könnt hier erstmal warten. Wir waren die Anruferin. Sie hier. So. Tun sie doch mal was. Aber wir machen doch was. Mensch. Warte doch. Ja. TLF steht da. Äh. TLF. Ja. Warte mal. Können wir hier mal ein bisschen Beleuchtung anmachen. Passt das Ganze auch. Achso, wenn ich die Umgebungsbeleuchtung anmache, schmeißt es mir die Heckwaren raus. Okay. Ist interessant. Ich kann mir den ganzen Einsatz hier einmal angucken. Also, das sieht nach einem Vollbrand aus. Jo, dann macht was. Jungs. Äh. Da, da, da. Wir könnten auch Polen nachher mehr so just for fun. Schöne will Leistung weg. Ja, so ein Fall. Organisieren. Ja, ihr könnt abrücken. RTW wird hier nicht weiter benötigt. Ist nicht erforderlich. Also. Dann warten wir mal, bis die hier alles aufgebaut haben. So. Es ist hier einmal der ganze Vorgang abgeschlossen. So. Brandbekämpfung. Löschangriff. Ruhestrahler. Brandbekämpfung. Löschangriff. Ruhestrahler. Kein Verteiler. Hey, Leute. Hier ist so ein Verteiler. Komm. Komm mal. Absitzen. Kann ich hier einmal die Tür öffnen. Hier, Leitstelle Mülheim. Kommen. Zack. Hä? Der. Was ist denn jetzt los? Äh, Löschangriff unter PA wird eingeleitet. Ob die das jetzt alleine schaffen, weiß ich nicht. Das ist verstanden. Ende. So. Machen wir hier hinten einmal hoch. Äh, dann mach ich meine Türe hier einmal zu. Zack. Dann solltet ihr aber einen Löschangriff mit dem... Hä? Seid ihr dumm? Da ist doch ein Verteiler. Dann legt ihr euch halt auch nochmal hier... Ach, Leute. Kommt. Legt ihr euch auch nochmal ne Wasserversorgung. Macht zwar keinen Sinn, aber okay. Dann sind wir halt heute ein bisschen unnötig, ne? Wenn das Game das so will, dann sind wir halt heute... bisschen unnötig unterwegs. Okay, das finde ich jetzt aber gut gemacht. Dass die dann nicht noch ein Standrohr aufbauen sollen. Dass wir das bekommen. So. Jetzt. Brandbekämpfung. Loschangriff. Schnellangriffsvorrichtung. Los. DLK wird ebenso wenig benötigt. Abrücken. DLK fährt weg. Wir sind jetzt mit drei Fahrzeugen da. Ich muss die Pumpe bedienen. Äh. Zack. Zadab. Pumpe aktivieren und dann volle Energie. So. Einsatzleiter. Dann schauen wir uns die ganze Lage einmal an. Und zwar ganz in Ruhe, Leute. Ganz in Ruhe. So. Was ich gut finde. Die löschen jetzt hier mit zwei Rohren. Ob das jetzt Sinn macht, dass ich da reingehe? Uh. Okay, ich geh. Tschüss. Der Einsatzleiter sollte das nicht. Man kann hier einmal tranz auf. Ne? Wow! What the fuck? Zack. Okay. Sehr geil. Dieses Spiel ruckelt. Polizei nachalarmieren. Alarmieren mal just for fun bisschen nach. So. Können ihr absperren oder sowas? Wobei ich glaube, das können die gar nicht. Weiß ich nicht. Äh. Schließen. Zack. Äh. So. Und dann fahren wir da einmal hin. Ich hab' gesagt, die Überfahrt überspringen wir jetzt einmal nicht. Weil Polizei fahr' ich jetzt auch nicht alle Tage immer. Ja, der verbisst euch. Bin die Polizei. Bullerei. Oh. What the fuck? Ich soll mich hier hinhauen. Ja, warte mal. Kann er einmal absitzen. Einfach just for fun, dass wir die Puls einmal da haben. Und dass die auch mal so einen Löschangriff miterleben darf. Und der RTW ist gerade wieder zurück, denn ich kann ihn nachalmieren mittlerweile. D.K. ist auch glaubwalt wieder zurück. Zack. Ja, wie es jetzt da oben aussieht, kann ich grad nicht sagen. Aber warte mal. Also der Kollege hat Zuckungen. So sieht sie aus. Warte mal. Hier ist auch die Wache. Also theoretisch. Wenn ich leckerlustig wäre. Aber. Äh. Warte. Ich frag das nach meinen Fragen an die Entwickler. Wieso kann man nicht jedes Fahrzeug zu nem Einsatz nachalmieren. Das macht für mich keinen Sinn. Weil ich hätte jetzt grad so gerne das Kev nachalmiert zum Absperren. Weil das hat ja so ne schicke Matrix oben drauf. Deswegen. Geht schon aber nicht. Naja. Hoffentlich ist der Löschangriff bald vorbei. So noch. Ich glaub der Löschangriff. Ähm. Okay. Ich glaube der Löschangriff ist jetzt beendet. Glaub ich. Können ja mal. Gluten ist noch nicht alle voll gelöscht. Echt ist das so? Oh ja. Äh. Warte mal. Äh. Ach du heilige. So Leute dann löschen wir mal. Das sieht nämlich eher nicht so gut aus. Ja. 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 Zack. Zack. So. Jetzt haben wir es aber hier gelöscht, oder? Wie noch nicht alle Feuer gelöscht? Ist doch alles gelöscht. Mehr Räume gibt es ja auch nicht. gut leute für mich ist abgeschlossen wir packen zusammen jungs und mädels wir heute nämlich noch fußball gucken an der wache hier wir sind dies das also klf ist hier fertig aber irgendwie alle anderen brauchen ein bisschen länger frage mich jetzt aber auch nicht wieso was braucht ihr denn hier so lange jungs was ist das macht man ja andere tore zu ja genau kann auch einmal die pforten schließen so dann machen wir einmal die matrix aus die war nämlich auch noch an tore zu und dann können wir einmal ach fahrradtür ist noch offen jo dann darf das elef einmal abrücken und das eheweh darf natürlich auch abrücken so kollege steig ein ich will zurück zur wache fußball gucken dieses spiel das leckt und mein pc liegt über den mindestanforderungen heißt ich verstehe es nicht aber egal wir sehen uns an der wache wir sehen uns an der wache wieder sooo tor öffne dich und dann fahren wir einmal rückwärts hier rein äh zack genau oder zu so zack zack ich hasse es es ruckelt so hart dieses spiel ah da kommt auch gerade das elef rein und dann switchen wir zum nächsten einsatz schon mal ach leute ach kommt ah nein ich glaube es nicht wohl zeige ich es noch vor ort scheiße ich wollte nämlich gerade schon zum nächsten einsatz wünschen da ist mir aufgefallen dass die polizei noch vor ort ist ich glaube ich lasse es drin ich karte das nicht raus weil das ist ja ein eigenfehler und sowas karte ich eigentlich nicht raus und wieso piept die polizei ah bin ich dumm also wir sehen uns jetzt gleich wirklich beim nächsten einsatz so dann warten wir ich bin jetzt in irgendeine einsatzkraft hier erstmal reingeswitcht dann schauen wir was uns erwartet Achtung Hilfeleistung VU3 Einsatz für LF24 RTW1 ELW1 NEF1 Leipziger Straße ähm 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 VU3 damit hätte ich jetzt gerade gar nicht gerechnet äh ja weiß ich jetzt auch nicht was ich dazu gerade sagen soll irgendwie ist unten links gerade die ganze Zeit so ein komisches Fenster das ist aber nicht von mir das ist von dem Game zack VU3 klingt nicht gut so und jetzt kann der Kollege direkt einsteigen seine Tür zu machen ich mach das Blaulicht an und dann Attacke Leute VU3 Leipziger Straße ach Gott bis gleich oh so Leute da sind wir VU3 eingeklemmte Person er werden alle erhöht auf eingeklemmte Person so VU3 eingeklemmte Person hier Leitstelle Mülheim kommen aber das war nicht die Alarmierung oder? sind denn alle anderen? Personen eingeklemmt Lage wird erkundet kommen so Matrix machen wir an das ist verstanden Ende Stopp Feuerwehreinsatz das ist natürlich scheiße wieso sollte ich das denn jetzt wieder schließen? wieso ruckelt dieses Game so extrem? jetzt soll es zulassen schon mal öffnen was ist denn los? ach nee jetzt kommt Leute nee wollte ich mich jetzt hier grad verarschen er steht hier als wäre nichts er hat wohl die Alarmierung verpasst ach komm Leute ja ne verpasste Alarmierung kann man auch nicht mal gut machen oder? ah Leute kommt da ist nicht euer Ernst so blaulicht an und dann Attacke aber ganz schnell oh Gott im Himmel so so Rettungsdienst der ist zumindest bereit so Leute der Einsatz die Einsatzfahrt war jetzt nicht lange ne nef rückt mit aus ja überhol mich doch nicht bin ich dafür wenn ich langsam bin ja Digga was ist mit dem Elef denn los? fahr ich jetzt erstmal so oh oh Gott Mülheim-Ruhr Feuerwehr Rettungsdienst weil ERW kann ja alleine nichts machen gehen ja nicht oi wunderschöne Rettungsgesse Jungs und Mädels so aber darum geht es jetzt grad gar nicht rtw ihr könnt direkt einmal absitzen es kommt aber auch grad kein anderes Fahrzeug doch nef kommt na gut fail so und ich mach jetzt erstmal seelische Betreuung ja wir hören sie die Dame wir hören sie geht das hier auf? scheiße äh ne geht auch nicht auf das geht auf ok ich öffne jetzt grad mal alle Türen so gucken den Reifen hat es zerfetzt äh Tür geht nicht auf so beruhigen sie sich versuchen sie ruhig zu atmen muss gleich mal Kollegen werden nun das Fahrzeug öffnen damit wir sie hier raus bekommen ja so sieht's aus die Dame aber was wir zuerst machen so so Notarzt bestes Fahrzeug hat der Notarzt so nef kannst mal absitzen öffne ich die Tür hier wenn das für ne Kunst ja ok dann halt nicht nach was ist denn jetzt hier los eigentlich wir brauchen das jetzt Elef was ist denn los äh ja so möchte ich das die Rettungsgasse läuft und nicht anders so jetzt fahren wir die Polizisten noch an so mach mal aus hier komm Eintrittstelle ja hab ich keinen Bock mehr hier auf die ganze Scheiße wie Fehler Fehler soll ich dir gleich mal einen Fehler geben wurde bereits erteilt ja ach komm du abrücken ey komm ist das dem Game sein ernst so ich danke euch fürs Zusehen bis zum nächsten Video was wahrscheinlich eher nicht Notruf sein wird macht's gut haut rein und sch-